und einmal beide voll machen und hoch mit euch so komm da und hoch mit dir da so und jetzt raus hier aber schnell ja so jetzt müsste das Ding gut arbeiten aber es scheint so als Power 2 EU per Tick also die Power reicht noch immer nicht aus Water Mealy gibt es vielleicht eine bessere Starch ach nein Amos Storage 9 Miss Generator Windmeal Water Meal Nucular Geltermark Geldermark Energy Omark Trade Omark Wiring also das ist das OV-Scanner kenne ich nicht EU wieder Solarpanel Solarpanel könnte ich mir bauen und ein Miner aber ich weiß nicht wie darf es sein gut da eine Bedbox CSS das ist warte mal 40.000 300.000 4.000.000 40.000.000 Amor so äh Water Meal also hier kann man leider nur die Water Meal machen und nicht mehr und nicht weniger schade äh naja gut da muss ich mir andere Gedanken machen wie ich noch an Energie komme und was ich jetzt noch brauche ist uh Ah ja den Electric Fuels habe ich ja auch gebaut hab ich den nicht sogar letzte Stunde schon gebaut ja den habe ich letzte Stunde sogar schon gebaut hab ich total vergessen was habe ich denn noch gebaut ich guck gerade mal ok ja muss ich nachher dran denken dass ich das äh umschreibe sonst denkt man das wäre falsch so ich bräuchte genau ich würde jetzt gerne mal auf Reise gehen nach Hühnern habe ich genug dabei das brauche ich alles nicht ich brauche keine Buckets weg damit ich brauche kein In-Dach-Steer-Craft-Zeug weg damit so Backpack kann ich gut gebrauchen ich brauche nämlich Leder ich brauche Hühner und ich brauche ähm ja ich brauche ein Jetpack und dafür brauche ich den Macurator den kann ich jetzt als erstes bauen bevor ich farm gehe ich weiß ich immer das ganze etwas durcheinander aber wieso nicht so Flint Electric Sack Basic Chain Machine gut das weiß ich wie das geht wir brauchen mal wieder Iron so wo war denn nochmal da ein Electric Circuit Cobblestone und Flint habe ich Flint noch ja gut Cobblestone habe ich auch äh Shit Achja stimmt Redstone brauchen wir wir brauchen Eisen habe ich schon und wir brauchen Kappa Table das 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 brauchen wir jetzt nicht erstes ich kann natürlich auch jeder Aufgang machen das wäre überhaupt nicht besser so erstmal brauchen wir die Hälfte davon ja so eins zwei drei und damit bauen wir die Kabel super perfekt so die Kabel haben wir jetzt brauchen wir die Eisenplatte in der Mitte die Kabel außen und das Redstone das Ding haben wir fertig das wird gebaut das haben wir auch fertig das kommt hier hin die Reflin kommt nach oben und fertig ist der Macerator super geht auch so schnell wie schön allerdings haben wir noch immer zu wenig Energie was sehr schade ist dank diesem extremen verbrauch das lädt sich sogar auf Power 2 EU per tick Output 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 was passiert denn wenn ich den mal ausmache so das wollte ich jetzt nicht naja die müssen sich erstmal aufladen ja sind ja gleich soweit dann gucke ich gleich mal denn ich würde gerne auch etwas mehr naja ich weiß jetzt nicht ob ich die irgendwie upgraden kann auf up up upgrade uh dryer upgrade Warte mal. Energy Com... Production Upgrade. 20 Prozent. 20 Prozent. Äh. Ja, die Frage ist... Nein. Da, das ist ja Industrial Craft. So. Overclawer. Time to 70 Prozent. 160 Prozent. Äh, Transformer. Bei Tier 1. Bei 10.000. Okay. Äh. Äh, das kriege ich noch. Und das war's. Also. Ich bekomme... schnellere Sachen. G-Storage Upgrade. Bei 10.000. Eben. Wohl ist, äh. Kann man... diese hier? Ja. Schade. Okay. Also, ich kann höchstens die hier schneller machen. Obwohl. Gab es irgendwas, was die effektiver macht? Braucht 100 Prozent, 60 Prozent mehr Power? Nein, schade. Also, die werden immer so langsam sein. So. Oh, das geht jetzt aber ganz schön was schneller. Gut. Äh. Machen wir wieder weiter. Oh, das geht schon schnell. So, was brauche ich denn für ein Jetpack? Ich möchte heute etwas produktiv sein. Jet. Wow. Da. Electric Jetpack. Huuuuh. Eine Badbox. Glowstone. Advanced... Gut. Hab ich Glowstone zum Fählich? Redstone? Weiß ich, dass ich das habe, aber... Glowstone. Malapis Lazuli. Hatte ich hier. Gut. Nein. Also, ich muss farmen gehen. Gut. Ähm. Ich kenne mir das am besten auf. Ich brauche... Glowstone. Ich brauche Hühner. Ich brauche Kühe. Wartet mal kurz. Äh. Glow. So. Gut. Bin ich ausgerüstet für so eine Tour? Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Ich glaube, ich nehme mal. Oder... Ja, komm. Wieso machen? Was würde ich denn machen? Nein, brauche ich gerade. Nicht besonders, glaube ich. So. Ja. Lauf mir doch einfach mal. Ja.